Die Schauspielerin saugte die Sonne auf in Miami, Florida und mit einer Bikini-Figur wie dieser ist es kein Wunder, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die 30-Jährige schlüpfte in einen knappen schwarzen Zweiteiler, als sie gerade Pause machte vom Promoten ihres neuen Films You're Next. Die Australierin twitterte, dass sie den längsten Tag überhaupt hatte und es aber nicht erwarten konnte, im Ozean zu schwimmen. Und der Star ließ den Worten bald Taten folgen und setzte einen purpurenen Hut und Sonnenbrillen auf für ihren Sprung ins Wasser. Laut US Weekly ist Charney wieder mit ihrer alten Flamme Kellen Lutz zusammen. Das Paar soll eine tolle Zeit miteinander verbringen, aber sie verraten nicht viel über ihre neue Romanze.